Voll in Einsatz, also das ist die heiße Phase. Wir arbeiten wirklich neun Monate darauf hin, um einfach diese dann in diesem Monat zu spielen und uns ist allen bewusst, dass es Do or Die Spiele sind und dass es um viel geht und ich glaube, da wird es einfach 150 Prozent Einsatz geben. A lot of excitement, we're ready, we can't wait for them to start. Wir sind motiviert, dieses Jahr mit einem anderen Trophy zu enden. Wir waren in der Euro-Cup, aber ich glaube, dass wir einen guten Job machen. Die Saison wird ziemlich erfolgreich sein, wenn wir mit einem Trophy enden, mit einem deutschen National Championship zu enden. So können sie erwarten, dass wir alles geben, was wir haben. Dass wir immer kämpfen werden, dass wir immer für euch da sind und dass wir für jeden Ball kämpfen werden. Und ja, wir werden hoffentlich nicht nur eine gute Show bringen, sondern auch Erfolge. Hoffentlich ein Championship. Das ist das Ziel. Wir haben alle acht, neun Monate gearbeitet, um das letzte Monat in den Playoffs zu spielen. Wir können ihnen ein Show geben und die meisten Home-Games bekommen. Und ich weiß, dass einige von ihnen auch reisen. Das wird für uns eine gute Runde sein. Hoffentlich können wir unser bestes Basketball in den Playoffs spielen. Ja, Kampfkreis, Team-Spirit. Was wir bis jetzt gezeigt haben, dass wir niemals aufgeben. Ich glaube, wir haben eine gute gute Chemie in unserem Team. Die Fans können das auch sehen. Und ich hoffe, dass wir das auch in den Playoffs zeigen mit denen zusammen. Das ist das Gleiche, was ich hier schon immer gemacht habe. Wir spielen hart, viel Energie, wir machen Schätze und alles. Sie können uns erwarten, dass wir jedes Spiel gegen unsere Besten kämpfen können. Ich glaube, das ist die wichtigste Sache. Wir haben während der Saison gewonnen, dass wir die beste Team in Deutschland sind. Wir müssen das auch in den Playoffs zeigen. Also das Team wird auf jeden Fall auch mal eine große Schippe drauflegen. In allen Bereichen. Defensiv, offensiv. Wir haben sehr gut trainiert jetzt die letzten Wochen und werden jetzt die Saison so gut wie möglich abschließen. Und dann geht es in den Playoffs richtig ab. Ich denke, es wird auch von uns allen Vollkörper-Einsatz. Wir wollen unbedingt gewinnen. Und wir wissen, was das heißt, was da von uns abgelangt wird. Und das werden wir auf jeden Fall auch bringen. Die Fans, die Fans sicherlich erwarten die Titel. Das ist natürlich, wenn es Bayern in Frage ist. Ich möchte, dass wir sicherlich schauen, die Bayern und alle Spielerinnen in Bayern werden, die sich auf dem Platz bleiben und geben. Das ist das, was wir sicherlich machen können. Das ist das, was wir sicherlich machen können. Sie können sehen, dass ein Team ist, dass sie hübschen, dass sie gewinnen, dass sie motiviert sind, Wir werden mehr als 100 Prozent geben. München seid rot. Playoffs? Uff, ich habe es ja 2000. 2018? Ja? Das ist...